Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. Heute habe ich mal eine extrem krasse Info für euch und zwar über ein Motorrad, was uns bald schon erwarten wird und zwar die Shotaro. Ich hoffe, dass ich das Ganze richtig ausgesprochen habe. Dieses Motorrad ist im Coding schon gefunden worden, genauso wie sieben andere Fahrzeuge. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, habe ich euch mal in die Videobeschreibung gepackt. Aber was ich euch noch erzählen wollte und zwar ist, dass meine Abo-Box letztens gespackt hat und mein 10 Geheim-Dinge-Video über Spiker-DLC nur extrem wenige Klicks hat. Und das Video war wirklich extrem viel Arbeit. Es wäre auf jeden Fall ziemlich geil, wenn ihr das Ganze nochmal abchecken würdet. Ein Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und zwar konnte man durch Mods dieses Motorrad aus dem Coding schon freischalten. Also dieses Bike ist nicht ausgedacht oder so. Es ist schon in eurer GTA-Version integriert und es ist leider noch nicht freigeschaltet von Rockstar Games. Dieses Motorrad sieht einfach extrem krass aus und mit diesen hellen Streifen an der Seite. Dieses Motorrad wird uns allerdings sage und schreibe 2,375 Millionen GTA 5 Dollar kosten. Durch diesen Preis wird dieses Motorrad wahrscheinlich leider nur den Spielern, die extrem viel Geld in Shark Cards oder in einen Unlock All investiert haben, zur Verfügung stehen. Wenn dieses Motorrad rauskommt, werde ich natürlich ein Video darüber machen, sodass auch die mit einem geringeren Kontostand sich einen Eindruck von diesem Monster machen können. Aber was wäre ein teures Motorrad und das passende Outfit? Richtig, nichts! Deswegen könnt ihr euch noch einen Rennern-Anzug kaufen, der wiederum 200.000 GTA-Dollar kostet. Aber denkt ihr, mit diesen 2,5 Millionen Dollar seid ihr nun fertig? Nichts da, wir haben das Tuning ganz vergessen. Wenn ein Motorrad 2,375 Millionen GTA-Dollar kostet, könnt ihr euch ja vorstellen, was doch mal die Tuning-Teile dazu kosten. Ein anderes Motorrad ist die Daemon 2. Auch diese wird uns bald erwarten. Sie ist extrem leicht an diesem Totenkopf auf der Frontgabel zu erkennen und ich denke, sie wird uns nur für kurze Zeit um Halloween herum zur Verfügung stehen. Zum Halloween-Update kommt aber morgen oder übermorgen nochmal ein extra Video. Dieses Motorrad kostet uns 145.000 GTA-Dollar und ist somit ja noch im Mittelfeld. Nun wisst ihr auf jeden Fall, was euch so erwartet. Wie findet ihr diese Preise zu überteuert oder noch okay? Ab damit in die Kommentare. Das Hashtag für heute ist Hashtag teuer. Lasst auf jeden Fall wie immer ein Like und Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und damit bin ich raus. Ciao. Haut rein.